einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja wie ihr seht zum neuen angezockt offroad trucker im simulator wollen wir jetzt machen das einzige was ich bis jetzt eingestellt habe ich habe den ton die musik leise macht sehr leise die springen wir immer noch ein bisschen laut und ja das wollen wir jetzt mal anzocken wie es ist ihr seht keine kamera das heißt ich nehme mit hdr auf also 4k der so wie ich hier vor mir sehe lade ich ungeschnitten hoch damit ihr so nah wie möglich an dem ergebnis dran seid wie ich hier vor mir aber gas geben und gang nach unten zu schalten und gang nach oben zu schalten automatisch ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Oh. Oh. Oh, die Aussicht ist scheiße. Oh. 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 Er zeigt die Lizenz. Wie viel habe ich? 2000. Welchen nehmen wir denn? Um. Unimog, Unimog. Aber IFA. Na komm, ich als Kind der DDR. ja oh Mann, scheiß Dings hier, verpiss dich auch. Mann, ich weiß doch nicht, ich brauche keine Belehrung mehr, ich habe Lizenz jetzt, nimm mir doch mit dieser scheiß Einblendung mitten im Beten hier auf dem Pisser, ey. Ja. ich habe nur xp kann nicht abdaten das die obere ich habe doch mein aber das kann ich jetzt eigentlich fahren also ich hoffe jetzt fahr ich eigentlich mit meinem Anzahl Tore fünf Meter fahren so so Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn man den jetzt noch ein bisschen weiter raus suchen könnte, wäre es natürlich noch besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe zu weit den Regen, ich bin zu weit rüber geschoben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Abschnitt 3 von 3 Dann machen wir noch. Und hier wird es klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, scheiße! Na, scheiße! Na, wie war bedächtig vorgehend? Wir müssen hier nicht schätzen. Können wir ruhig. Auch dafür kommen wir ans Ende. Ja. 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 Ja, scheiße. Ja. Ja. Opa, da. Das kann ich aber nichts, das ist jetzt, das packe ich hier. Und dann packt der hier durchs Holz durch. Und dann packt der hier durchs Holz. 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 Also es könnte besser sein, das Spiel, wenn die Reifen nicht durchs Holz durchbacken würden. Das ist echt scheiße. Kann nichts verstärken, kann gar nichts machen. Dann machen wir noch eins. Das ist halt das, was ich vorhin hatte. Und dann packen wir noch 100 Punkte. Und dann packen wir noch 100 Punkte. Oh. 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 Okay. Noch 20 Punkte bis zum Update ist doch nicht. Dann können wir halt noch mal eine Runde. Ah, das kennen wir auch schon. Kommen wir nicht mal in bald neue irgendwie? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, Reparatur kann ich machen, Update kann ich machen, nee Update, aha, also meine Punkte schon wieder weg, ich habe die Lenkung verbessert. Aber stärken kann ich auch nicht, ganz toll. Ach, ich muss den Event selber verlassen. Ich kann den so lange fahren, wie ich will und dann Glückwunsch. Ah, die kann ich jetzt mit Geld, kann ich den jetzt upgraden. Ach Mist, hätte ich mal, ich wollte gar nicht alles, heute eigentlich Mist. Na, eine Trophäe habe ich. Zwei, drei, vier, dann kommt Bronze Silber. Okay. Dann lassen wir das einfach mal so. So, gucken wir uns nochmal an wie er jetzt fährt. Dann hört sich ja nicht mal so schlecht. Dann ist er groß gesetzt, oder? Ja. 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 Okay. Die rutscht, die schlupft mir runter. So, müssen wir den hier vorne machen. Nee. So, zurück, zur Seite. Mann, scheiße, ich komm mit dem Kamera-Ding nicht zuerst. Oh! So! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020